Seid mir gegrüßt, ich will mich kurz halten. Gredania bittet euch um Unterstützung im Kampf gegen die Blasphemität, die im Fensterwald jüngst Angst und Schrecken verbreitet. Dieses braunvolle Ungetüben schlägt mit schnell und unvorhersehbar zu, bevor es wieder im Dickicht verschwindet. Alle versuchen es zu observieren und etwa Geschwächen bei ihm auszumachen. Sie sind bislang gescheitert. Wir sind daher auf der Suche nach einer Heldin, die der Bestie furchtlos die Stirn bieten kann, sobald diese sich wieder zeigt, die ihren Mitstreitern als mächtiger Schild dienen kann. Was sagt ihr? Wärt ihr da bereit, den Fensterwald vor dieser abscheulichen Blasphemität zu schützen? Mein Schild für den Fensterwald. Vielen Dank! Bitte begebt euch dann zugleich nach Neu-Gredania und sprecht am Abathon der Bruderschaft mit dem zuständigen Offizier. Dieser wird euch das weitere Vorgehen erklären. Und danach machen wir auch noch den Nahkämpfer. Und die Hauptstory will ich auch noch ein bisschen vorantreiben, damit wir noch ein bisschen Material sammeln. Welche große Heldinnen in dieser bescheidenen Hütte! Unser Militär-Tachi in Razzatan hat uns bereits mitgeteilt, dass ihr uns helfen wollt, die Blasphemität zu bezwingen. Ich werde sogleich Kan-e-Sena von eurem Kommen unterrichten. Die älteste Saatseherin hat höchst selbst die Leitung dieses Unterfangens übernommen. Bitte wartet hier einen kurzen Moment. Ich glaube, ich muss mir noch mehr zu trinken holen, weil es sehr viel gelegen ist. Na, schau wieder! Das speichert es nicht! Hat das letzte Update dafür gesorgt, dass immer, wenn man neu startet, solche Texte dann automatisch scrollen? Das ist aber ein bisschen doof. Was heißt, dass du warten musstest, Murasaki? Im Namen aller Einwohner des Finsterwalds möchte ich dir für deine Bereitschaft, uns bei der Bezwingung dieser absonderlichen Blasphemität zu unterstützen, meinen Dagger aussprechen. Leider drängt die Zeit. Erlaube mir daher, bitte ohne Umschweife zur Sache zu kommen. Kurz nach den Vorfällen auf Tafnair wurde auch im Finsterwald beobachtet, wie ein unbekannter Mann sich in eine Endzeitbestie verwandelt. Schnell war klar, dass es sich bei dem Ungeheuer um eine dieser entsetzlichen Blasphemitäten handelt. Laut dem Augenzeugenbericht war der Körper der Bestie mit Ketten überzogen. Daher haben wir die Kreatur nach mythologischem Vorbild Gleipnir genannt. Seitdem ist das Ungeheuer an verschiedenen Stellen des Waldes aufgetaucht. Gleipnir tötet alles, was ihm in die Quere kommt und verschwindet im Dunkeln des dichten Gehölzes, sobald sein Blutdurst gestillt ist. Selbst Gebieter des Waldes stoßen bereits klagende Rufe aus und fordern die Beseitigung des Eindringlings. Allerdings ist das leichter gesagt als getan. Aus den Untersuchungen der Opfer wissen wir, dass Gläipnir klauen, Zähne und Hörner extrem giftig sein müssen. Gelangt dieses außergewöhnlich starke Gift durch die offenen Wunden. In den Körper können selbst oberflächliche Kratzer zum Tode führen. Vielleicht hast du schon mal von der Kettenseuche gehört. Die von Gläipnir verursachte Vergiftungserscheinungen können leicht mit den Symptomen dieser im Finsterwald endemischen Krankheit verwechselt werden. In beiden Fällen erscheinen auf dem Körper eigenartige kettenförmige Muster, welche heftige Schmerzen auslösen. Was ist das denn für ein Gift? Da ich nicht aus Gidania stamme, ist mir die Kettenseuche lediglich von höheren Sagen bekannt. Stimmt es, dass die Krankheit vor allem bei den höheren Städten stets zum Tode führt? Das ist richtig. Für Hören ist die Krankheit eine todbringende Gefahr. Gut, dass wir eine Mikrotee sind. Allerdings gibt es inzwischen ein auf Leuchtpilzen basierendes Heilmittel, weshalb sie in letzter Zeit als keine große Bedrohung mehr angesehen wird. Jedoch befürchte ich, dass durch Gläipnirstreiben und aufgrund der Ähnlichkeit der Symptome tief verwurzelte Ängste wieder hochkommen könnten, was zu schwerwiegenden Unruhen führen würde. Auch wenn unklar bleibt, ob es einen Zusammenhang zwischen ihm und der Kettenseuche gibt. Bislang sind weder Druiden noch Weißmagier dazu in der Lage, das Gift zu neutralisieren, solange kein wirksames Gegenmittel gefunden wurde. Sollten wir Gläipnir also nicht direkt angreifen. Selbst wenn wir ihm im Wald begegnen. Äh, verzeiht, eine Eilmeldung. Was? Schon wieder? Soeben kam es im Nordwald zu einem Angriff Gläipnirps. Dem Klageregiment zufolge ist er wieder verschwunden, bevor sie ihn stellen konnten. Das Opfer hat schwer verletzt überlebt und wird gerade zum Herbstkürbissee gebracht. Zum Herbstkürbissee? Wir brechen unverzüglich auf. Murasaki würdest du uns begleiten. Der erste Schlankjünger Edelmeer ist dort stationiert und kann uns sicher mehr über die Situation erzählen. Und wie man sagen, auch zum Herbstkürbissee. Mal sehen da, so geht es schneller. Mal sehen da, so. Mal sehen da, so. Es ist der Satz, Ehren. Ich habe euer Kommen bereits erwartet. Hab Dank, dass ihr den langen Weg auf euch genommen habt. Es ist verständlich, die Angelegenheit ist von höchster Wichtigkeit für den Finsterwald. Astag, der durch Gleitnir verwundete. Wo ist er? Er wurde zur Terrasse des schwimmenden Korkens gebracht, wo ihn einer unserer besten Heiler untersucht. Allerdings ist sein Zustand sehr ernst. Eure Hilfe wird mehr als ersehnt. Ich verstehe, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um seine Schmerzen zu lindern. Verlieren wir keine Zeit und eilen dem Droiden zu Hilfe. Gut, dass ihr gekommen seid, verehrte Kanesena. Dies ist der Mann, der Opfer von Gleitnir's Angriff geworden ist. Ich habe bereits eh der erdenkliche Heilmethode versucht. Doch nichts zeigt Erfolg. Seine Wunde ist zwar weiter verheilt, doch das eingedrugene Gift lässt sich nicht neutralisieren. Der Zustand des Patienten verschlechtert sich zu sehen. Als ich ihm für die Behandlung die Kleidung ausziehen wollte, sah ich, dass sich aus seinem Körper Kettenförmige Muster gebildet haben. Das sind die gleichen Symptome wie bei der Kettenseuche. Da er ein höherer ist, muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Ich werde von hier an die Behandlung übernehmen und gönne dir eine Artepause. Mücken, ein riesiger Schwamm Mücken, Stechmücken! Die Rufe kommen vom östlichen Tor. Stechmücken sind häufige Überträger von der Kettenseuche. Angesichts des heiklenen Zustands unseres Patienten ist Unruhe in der Siedlung das Letzte, was wir nun gebrauchen können. Ich bleibe hier und kümmere mich um den Verletzten. Ihr beide schaut bitte nach, wer da gerufen hat und was es mit den Stechmücken auf sich hat. So und jetzt will mir mal jemand erklären, was Stechmücken mit Level 85 hier bitte im Wald machen. Bei Endzeitbestien kann ich es ja noch verstehen. Aber wenn man jetzt hier wirklich Stechmücken als Gegner hätte, wäre es ein bisschen komisch. Ich war gerade auf dem Weg nach Mühlenhain, als ich sie beim Ehrenbrunnen gesehen habe. Ein riesiger Schwarm Stechmücken schwirrt dort herum. Diese Stechmücken übertragen doch die Kettenseuche, oder? In letzter Zeit hat man ja immer öfter über Angriffe einer unheimlichen Kreatur und dass sich die Kettenseuche wieder ausbreitet. Da habe ich sofort die Beine in die Hand genommen und bin gerannt so schnell ich konnte. Aber wahrscheinlich müssen wir ja nicht gegen Stechmücken kämpfen, sondern gegen ihn, wenn der sich verwandelt. Moment mal, du wurdest doch nicht von den Stechmücken gestochen, oder? Falls ja, darfst du natürlich nicht ins Tor. Wurde ich nicht, ich schwöre es. Kümmern euch lieber schnell um diese Biester, bevor die wirklich noch jemanden erwischen. Einen großen Schwarm können wir nicht alleine aufhalten. Wir müssen an die Sicherheit der Siedlung denken und die Tore bewachen. Um jetzt noch das Klageregiment dann zu fordern, reicht die Zeit nicht. Murasaki, wir werden das übernehmen. Kein einziges Exemplar dieses unnützig, was soll übrig bleiben. Ich danke euch. Der Ehrenbrunnen ist östlich von hier. Weilt euch und macht den Stechmücken den Garaus. Wie gesagt, Stechmücken Level 85, ne? In einem Gebiet, wo die Gegner 37 sind. Ist ein bisschen fragwürdig. Kommt halt komisch. Ja, vielleicht kommen auch keine Stechmücken, sondern verwandelt sich nur jemand in Bies. Aber ne, hier sind wirklich Stechmücken Level 85. Na gut, sonderlich stark sind sie nicht. Hat sich wirklich ein Gefühl, das wären das so kleine Level 8, ne? Noch mehr. Du hast mir das Leben gerettet. Ich habe zwar das Heilmittel gegen die Kittensäuche bei mir, aber die hätten mir ja jeden Tropfen Blut aus dem Leib gesaugt. Am Herbstkübessee gibt es einen armen Kerl, der Symptome der Kittensäuche aufweist. Dann überlasse ich dir das Heilmittel. Hoffen wir, dass er damit geheilt werden kann. Selbstverständlich braucht meine Retterin mir nichts dafür zu bezahlen. Ich werde nach Mühlenheim zurückkehren und dabei einen großen Wurken und jedes Exekt machen. Ja, stellt euch mal vor, was solche Mücken würde es wirklich geben. Also die würden nicht wirklich leer saugen. Kein Dank, dass ihr euch um die Stechmücken gekübert habt. Allerdings steht es nicht gut um den Patienten. Ich muss meine gesamte Heilkunst aufwenden, damit er mir nicht unter den Händen wegstirbt. Das Heilmittel gegen die Kittensäuche, wenn man bedenkt, dass die Symptome so ähnlich sind, ist es in der Tat ein Versuch wert. Abreichen wir sie. Normalerweise entfaltet diese Medizin rasch ihre Wirkung. Ah, diese Schmerzen. Vielleicht hast du es geschafft. Wenn das Heilmittel seine Kraft entfaltet, wird der Schmerz schnell vergehen. Nein, es schmerzt immer mehr. Es hilft mir doch. Das Stöhnen des Mannes ist zwar stumm, offenkundig hat er sein Leben ausgehauen. Okay, das Heilmittel wirkt also nicht. Mögen die Gebieter seiner Seele gnädig sein. Wenigstens hat sein Leben nun ein Ende. Kam das Heilmittel zu spät? Ich denke nicht. Ich fürchte vielmehr, es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt. Die von Gleitmier verursachten Vergiftungserscheinen mögen zwar rein äußerlich zu ähnlichen Symptomen wie die Kettenseuche führen, sonst haben sie aber nicht viel gemeint. Ich gehe auch davon aus, dass der Kontakt mit derartig starkem Gift für jedes Lebewesen tödlich endet. Egal ob Juran oder Stechmücke. Das bedeutet die Gefahr einer Übertragung der Stechmücken kann ausgeschlossen werden. Das wäre die einzig gute Erkenntnis dieses tragischen Tages. Berichten wir den Leuten davon. Auch um eine größere Panik zu verändern. Verzweiflung kann die Leute in diese Endzeitbestien verwandeln. Glücklicherweise kam es hier in Gridania neben Gleitmier noch zu keinem weiteren Verwandlung. Wenn wir diesen Kampf gewinnen wollen, ist es wichtig, dass alle ruhig und besonnen bleiben. Ich werde die Bewohner der Siedlung über die neuesten Entwicklungen in Kenntnis setzen, nachdem wir dem Verstorbenen die letzte Ehre jetzt nicht haben. Wenn nur der direkte Kontakt mit Gleitmier zu diesen Vergiftungen führt, dann müssen wir so schnell wie möglich seinen Aufenthaltsort aufspüren. Dafür müssen wir alle verfügbaren Informationen sammeln und sollten zunächst zum Avatar der Bruderschaft zurückkehren. Leider können wir hier nur zwei Missionen machen, aber ich habe ja eh vor, das alles dann an einem Stück hochzuladen. Das heißt, ich muss erst Level 90 mit Revolverklinge werden, damit ich die ganzen Questreihen machen kann. Und das lade ich dann alles gemeinsam dann irgendwo, irgendwann zu holen. Ich muss nur gucken, wann der beste Zeitpunkt ist. Berichte über neue Sichtungen von Gleitmier häufen sich. Wir versuchen alle Informationen zu sammeln und einzuordnen, aber es ist bei der zunehmenden Unruhe in der Bevölkerung nicht einfach, den Überblick zu behalten. Ich werde dich informieren, sobald wir mehr Klarheit haben. Bitte halte dich so lange im Alarmbereitschaft. Vielen Dank. Vielen Dank.